Moin Moin und herzlich Willkommen zu Raft auf der Abbonischen Mite. Ich habe mir gerade eine Playlist rausgesucht, also den kompletten Soundtrack von Raft und den spiele ich jetzt ab. Es ist jetzt nicht mehr vom Spiel selber, sondern hier habe ich selber runtergeladen, die komplette 2-Stunden-Playlist, dass es jetzt einfach mehr Musik läuft quasi, dass wir hier nicht mehr absolute Stille haben. Und ja, ich hoffe das jetzt angenehmer, weil ich finde, das Spiel selber spielt da schon relativ selten ab, die Musik. Und da wäre es mir schon lieber, wenn hier öfters mal auch was zu hören gibt, als nur das Meeresrauschen und vielleicht alle 10, 20 Minuten mal Musik abgespielt wird. Da hinten sehen wir wieder ein Floß. Da müssen wir hin. Wir müssen den drehen. Und da hinten ist wieder eine Kiste. Den müssen wir auch noch gleich kriegen. Ich hoffe aber mit meinen Soundeinstellungen ist hier alles in Ordnung. Nicht, dass ich wieder irgendwie zu leise bin oder das Spiel zu laut oder was weiß ich was. Oder die Musik zu laut. Wenn das in Ordnung ist oder was ich da bessern muss, bitte schreibt mir das in die Kommentare, denn ich will das ja auch für euch angenehmer machen und nicht einfach so irgendwie irgendwas hochladen, sondern ich will, dass es für euch angenehm ist. So, wir haben aber jetzt erstmal wieder das wegzuschmeißen, das wegzuschmeißen. Die brauchen wir eigentlich auch nicht. So, und dann hoffen wir, kriegen wir die Kiste. Ich hoffe, die erwischen wir jetzt. Ja, die haben wir erwischt. So, jetzt müssen wir aber den hier ein bisschen mehr in die Richtung drehen. Weil wir brauchen schon das Loot. So, dann können wir wieder das weg, das weg. Eigentlich eine totale Schweinerei, was wir hier machen, dass wir das alles immer wieder zurück in den Ozean schmeißen. Wir müssen immer noch ein bisschen beidrehen. Und los. Ah, Boris wird bestimmt gleich wieder kommen. Ja, der hat mich noch erwischt. Der hat mich noch erwischt. Hä? Hallo, ich will hier hoch. So. Und. Ja, haben wir noch geschafft. Und weg ist das Ding. Wir haben wieder ein neues Rezept. Ne, hier waren die nicht. Hö? So. Dann können wir den Kokosnuss schla. Okay, den packen wir hier mal mit rein. Und wir haben diesmal nur drei von denen. So, dann wollen wir den hier wieder. Dann wollen wir den mal hier reinballern. Nicht? So. Also, den können wir wieder richtig in drehen. Ja, haben wir richtig gemacht. Okay. Aber langsam wird das. Aber langsam wird das. Und dann können wir auch mal wieder hier einlagern. So, den packen wir mal hier rein und hier rein. Gibt es hierfür vielleicht irgendwelche Hotkeys, die man machen kann? Dass ich direkt einfach alles da reinballere. Also, zumindest alles, was da schon drin ist, dass ich das so... Das weiß ich nämlich nicht. Ja, den haben wir erwischt. Und wir haben wieder Plastik und Steine. Und die Dinger. So, dann können wir den auch nochmal hier hinballern. Und dann hier noch. Wir bräuchten insgesamt noch drei, sechs, neun. Neunmal nur für die Ecken. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Sechzehn mal sechs. Aber so gut im Kopf rechnen bin ich nicht, dass ich das jetzt ausrechnen kann. Also, warte mal. Das wären dann 96, glaube ich, insgesamt. Bloß nochmal neun für die Dinger. Also, 105 Bretter bräuchten wir insgesamt. Also, für alles zusammen da oben. Beziehungsweise Planken. Warum kriege ich den nicht? Jetzt haben wir den. Und wir haben wieder drei. Nein. Jetzt falle ich auch noch hier runter. Ich bin Profi. So, warte mal. Wo waren das mit den Netzen? Hier war das nicht. Hier waren auch nicht die Netze. Ah, hier können wir Türen machen. Aber... Kein Schimmer, wo die Netze sein sollen. Dann haben wir wieder ein Fass. Haben wir irgendeinen übersehen gehabt? Vielleicht? So, ich hoffe, den erwischen war. Okay. Ja, nice. Haben wir wieder zwei. Dann fehlen nur noch 100. Dann haben wir fertig. Zumindest hier oben. Am liebsten wäre mir jetzt tatsächlich eine Insel, wo viele Bäume sind. Wir die dann halt... abhacken hier. Ah, nein. Nicht das Palmenblatt. So, dann ist es weg. So, dann können wir... hier den hier nochmal machen. Beziehungsweise erstmal spiegeln. Und... So, dann haben wir den Bereich. Dann haben wir wieder ein Fass. Ja, ich finde es jetzt so mit der Musik auf jeden Fall deutlich besser. Weil es ist jetzt... gar keine... toten Stille mehr. Zumindest immer... auch ein bisschen mehr Musik. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier auch Kampfmusik gibt oder so. Weiß ich absolut nicht, aber... wenn Kampfmusik gibt oder so, ähm, ich denke auch, dass es dann wahrscheinlich eher so ganz normal in der Playlist dann abgespielt wird. Aber nicht mehr vom Spiel, so wenn jetzt irgendwie hier, äh, ein härterer Kampf da ist oder so. oder so, dass es dann abgespielt wird. Oh, da ist wieder ein Fass. Äh, nicht ein Fass, äh, eine Kiste. Entschuldigung. Und... Ja, wir haben ihn. Jetzt haben wir neun. Da ist noch eine Kiste. Kann aber auch erst mal hier den hier bauen. Dann brauchen wir jetzt erstmal nur noch die hier. Ach, hier können wir keinen. Nur hier. Das ist ja bitter jetzt. Aber ich hoffe, den kriegen wir. Nein. Komm, 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 komm. Ja. Komm zu Papa. Ah, geil, wie viele Rüben wir jetzt mittlerweile wieder kriegen. Den kriegen wir auch noch. Ja, nice. Und jetzt noch den da. Nice. Dann, das kann wieder weg. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. So, dann brauchen wir aber wieder die Dinger. Die war doch gerade. Ah, hier. Machen wir einmal so. Hallo? Will ich hier einen haben. Hallo? Nein, der war schon da. Dann könnten wir wieder hier drauf gehen. Insel. Ah, und schon wieder dunkel. Ah, ich hoffe, das ist jetzt keine Insel, wo diese Riesenvögel sind. Oh, wir haben wieder Hunger und Durst. Verdammt. Was haben wir hier noch zu essen. Was haben wir hier noch zu essen? Noch Wassermelonen. Nice. Können wir die hier ordentlich die Kante geben mit? Immerhin was zu trinken gehabt. Ich kann aber auch die... Komm, wir machen die Kartoffeln. Kartoffeln klingt gut. Wir die jetzt mal grillen. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, wir haben hier noch Rüben. Packen wir hier mal mit rauf. So, können wir sonst noch irgendwas hier reinpacken? Ah, nein, wir sind schon gleich da. So, noch ein bisschen. Kommen wir, Rudel. Nein. Noch ein bisschen mehr in die Richtung. Den brauchen wir nicht. Egal, wir sagen, hier passt. Und? Ja, wir sind komischerweise unter Wasser gewesen, obwohl wir nicht unter Wasser waren. Den nehmen wir auch noch mit. Komm, den Fass nehmen wir auch noch. Keine Ahnung, wir den gleich noch so irgendwie kriegen, aber den nehmen wir jetzt mit. Komm, komm. Hä? Ich dachte schon, was war denn das? Ach, das ist wieder so eine Insel. Was ist denn das? Okay. Können wir so nicht aufnehmen? Nee, können wir so nicht aufnehmen. Komm, ich will hoch. Ja, hier. Ja. Ich glaube, das ist keine Pflanze, die wir so abholzen können. Aber hier. Wir sind jetzt schon mal wieder bei neun. Wassermelonen. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Und hier noch eine Palme. Komm, ich will da hoch. Ich sehe auch gar nichts gerade. Komm. Ah, und eine Kiste. Nice. Nein. Aber hier haben wir noch einen Baum. Noch eine Palme. Jetzt erst mal wieder hochkommen. Komm schon. Komm. Kann sich aber auch anstellen, ey. So. Ja. Und die nehmen wir jetzt mit. So, dann kann das wieder weg. Hier haben wir... Da sind die Palmenblätter. Auch weg. So, jetzt müssen wir erst mal wieder hoch. Komm. Noch ein bisschen. Und... Ja, jetzt haben wir es geschafft. Ah, ein Metallerz haben wir. Nice. Was haben wir alles jetzt? Ein Metallerz. Fünf Rüben. 28 Seil haben wir jetzt wieder bekommen. Und 28 Planken. Da können wir ordentlich jetzt was machen, ne? So. So. Also, erst mal... wieder... Anker frei machen. Und den machen wir auch mal so. Machen wir hier einen hin. Hier. So. Dann ist es nur noch der Innenbereich hier. Fehlen uns zwar noch ein bisschen was. Ich würde schon sagen, haben wir jetzt wieder peinliche Stille. Was Musik angeht. Ähm... Hier die Dachschräge wollten wir jetzt auch nochmal. Ah, da brauchen wir auch sechs. Okay. Für den Bereich da. Keine Ahnung, was wir hier machen können. Aber... Ich glaube... Reicht schon mit so. Und wenn es so ist. Dass das einfach nur... zu ist. Dass da nichts drin ist. 32 Tage haben wir überlebt. Na, hier ist die Mitte. Genau. Fehlen die drei. Dann ist es wirklich nur noch die Mitte hier. Und beide kriegen wir nicht. Dahinten ist wieder eine Insel. Das heißt, da gibt es wieder Holz. Nein. Komm. Hoch. Toll. Den kriegen wir nicht mehr. Oder? Ah, ich hoffe. Nein. Toll. Zu sehr in die Fallsticht. Aber den können wir vielleicht doch noch kriegen. Ja, den haben wir. Weil wir... Wollen wir nicht. So. Nice. Ah, wir wollten erstmal... Das dazu machen. So, dann haben wir hier zu. Also, wir können auch eben ganz schnell das Scharnier einlagern. Wenn wir noch irgendwas zum einlagern. Den können wir auch mal einschmelzen. Wo haben wir den Schmelzofen? Hier haben wir den. Ach so, den müssen wir erstmal hier ausgewählt haben. Dann können wir das hier auch mal wegschmeißen. Äh, essen müssen wir auf jeden Fall. Jetzt ganz dringend. Nein? So. Ja, das sieht ganz klar nach Holz aus. Nach einer kleinen Insel. Keine Gefahren. Aber definitiv sehr viel Holz. Okay, sehr viel auch wiederum nicht. Entschuldigung. Aber zumindest ein bisschen was. Dass wir einsammeln können. Und. So. Dann gehen wir hier mal hoch. Okay. Ja, ein bisschen werden wir hier definitiv noch kriegen. Zum Beispiel ein Ananas. Da können wir das wegschmeißen. Das wegschmeißen. Das wegschmeißen. Und das wieder. Fischeintopf. Wir tauschen die hier mal aus. Weil wir haben definitiv immer noch Hunger. Mal gucken. Vielleicht können wir hier noch mehr essen. Okay, viel essen finde ich jetzt nicht. Aber wir haben auch sehr viele Rüben auf Tasche. Die können wir auch auf jeden Fall essen. Ah, Wassermelone. Nice. Und weg damit. Wie satt macht eigentlich eine Kokosnuss hier. Na egal. Wir haben immerhin wieder voll. Dann machen wir den hier einmal. Hallo. Oh, den haben wir. Fertig. Nice. Dann packen wir den mal hier dazu. Ah, nicht hier unten. Genau. Und wieder hier drauf. So. Und so. So. Und so. Na, gefällt mir, dass ich hier langsam, langsam was wird. Den kriegen wir definitiv nicht mehr. Vor allem auch, wir fahren die ganze Zeit eher rückwärts. Weil das hier ist ja der hintere Teil. Die kriegen wir nicht mehr. Das ist das ja eigentlich vorne. Das ist ja die Spitze. Das soll ja hier der, äh... Wie nennt man das bei diesen alten, äh, Schiffen dieser Rambock vorne. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, auf jeden Fall. Aber das, das ist ja die vordere Seite und das hinten. Ja, ich freue mich, sobald er groß genug ist, dass wir hier auch ein bisschen mehr rumlaufen können. Und das hier erst mal fertig ist, dann können wir hier auch richtig direkt drauf loslaufen, statt, äh, drumherum. Kriegen wir den? Ich hoffe. Nein. Ach, muss ich höher erzielen, immer noch. Ja, jetzt haben wir ihn. Zwei Kartoffeln, jammern. Und nicht genug, um hier weiterzubauen. Ich seh da was. Ich seh da was. Da können wir auch die Kartoffeln hier mal wieder drauf ballern. Und die Rüben. Können wir auch gleich mal drauf ballern. Nein. Wieso falle ich hier mal runter? Oh, den kriegen wir noch. Den kriegen wir. Ja. Und den haben wir auch noch die, nein, die eine Planke. Ah, nice, wir fahren auf die beiden Fässer auch noch direkt zu. Mal schauen, ob wir das kriegen. Jo, den haben wir. Ja, komm, wir können gleich einen zweiten Wurf draus machen. Aber die, diesen Brett nehmen wir auch noch mit. Ja, den haben wir. Da sind nochmal zwei. Ja, geil. Oh, ich seh aber gerade, wir sind schon wieder fast bei einer halben Stunde. Ja, ich finde jetzt mit Musik geht das auch deutlich schneller irgendwie die Zeit rum. Finde ich auch ein bisschen angenehmer. Dann würde ich sagen, auf das Floß und die beiden Fässer machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mal dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020